Sie wollen dann auch sicher, sichtbar, hier oben in Ihrer Präsentation auf der Bühne. Musik-Gesellschaft Berg, im schon erwähnten Gleichschritt, der Fahnenträger in vollem Ornat. Der gute Herr hat wahrscheinlich ein Saunaprogramm gelaufen und gebraucht, bis er ganz toben ist. Ich denke, es ist gut, wenn die Kamera nicht auch zu nahe herazumt, dass man die Schweisstropfen nicht in allzu grosser Größe sieht. Die stolzen Schweisstropfen. Selbstverständlich. Wir haben dann Primarschule Grossacker. Und die Diana, die ich Ihnen vorher gesagt habe, ihr Motto heisst Musterkinder. Und das könnte ich natürlich den Leuten vom Schulamt fragen, wenn er sagen würde, mit dem Grossacker hat er immer am wenigsten Probleme gehabt, wenn er nicht nur Musterkinder in der Schule hat. In St. St. Gallen gibt es nur Musterkinder. Das ist die korrekte Antwort. Okay, aber zum Glück haben nicht alle Kinder genau die kleinen Muster. Und das ist eine Herausforderung. Das ist in viel Vielfalt. Und da haben wir die Muster. Jedes Kind trägt fast jedes Kind ein eigenes Muster. Und da haben wir die Musterkinder. Das sind die Musterkinder im Rahmen. Das ist die Musterkinder. Vielen Dank.